Hier in Tsang Tzu-Ti, an diesem chinesischen Räucherglastopf, wie auch immer das heißt, ich habe es vergessen, besteht noch ein weiteres Gehölz, was auch irre cool ist. Wirklich, wirklich cool und ich denke, der eine oder andere wird es kennen und ich zeige euch das. So, es geht um diesen Gehölz, diesen Baum. Ist garantiert auch schon ein Veteran und nicht erst seit gestern hier. Ich zeige euch mal die Blätter, damit der eine oder andere sicherlich wissen, was das ist und ich muss jetzt den einfach auch mal so zeigen, weil er einfach mega cool ist. Also, das sieht man ab und an mal in einem Vorgarten und doch mal in einer Parkanlage, aber in der Größe wahrscheinlich tatsächlich eher weniger. Cool, einfach cool, oder? Also, ihr wisst, was es ist, dann schreibt es in die Kommentare. Da hinten ist übrigens Janis. Ich darf den gar nicht filmen. Der hat eine komische Klamottenhansage. So ein Quatsch. So, heimlich gefilmt. Tschüss.